Servus, Simon hier von den Blockhelden. Wir sind gerade hier in Bamberg in unserer Boulderhalle und ich will euch heute mal die Leisten zeigen, die ihr gerade gesehen habt. Und zwar seht ihr, die sind ein bisschen anders. Das Spezielle daran ist nicht nur, dass sie anders sind, sondern die gibt es kostenlos zum runterladen. Das heißt, den 3D-Datensatz könnt ihr runterladen und eigentlich bei jedem Schreiner, den ihr kennt, eine Fräsmaschine hat herstellen. Das Spezielle an den Leisten ist, wie ihr seht, dass wir diese Insätze noch haben. Und zwar, da ich früher auch viel am Campusport trainiert habe. Einmal, man hackt immer so oben drauf, im Endeffekt, man kommt super unpräzise dran, man trainiert eben einfach diese brachiale Maximalkraft. Und gerade zum Beispiel der Fränkische, wo es viele Löcher gibt, ist ja einfach so, man muss das Loch treffen. Das heißt, ihr braucht so einen kurzen, statischen Moment davor, um das Loch einzusortieren. Und das könnt ihr eben perfekt trainieren. Das heißt, ihr werdet den Löchern natürlich nicht so abziehen können, aber ihr seid eben präzise und es bringt euch wirklich was, wenn ihr auch mal draußen an Fels klettert. Zumal ist der Campusport, ihr habt sowieso die Fläche. Die kompletten Leisten sind jetzt nicht ein klassisches Standard-Set, von klein bis groß, wie es eben auch von Wolfgang Güllig eigentlich erfunden wurde. Der Abstand ist der gleiche und ihr habt den Zwischenraum ja und den habt ihr sowieso. Also ihr könnt den entweder verschwenden und nichts machen oder ihr könnt eben einen Innsatz einbauen. Ihr habt nochmal eine andere Schräglage, ihr habt eben ganz anderes Griffverhalten, ihr habt auch nochmal eine andere Griffgröße drin und ihr habt eben die Präzision. Damit wollen wir kein Geld verdienen, wir wollen, dass ihr stark werdet und geil trainiert, egal wo auf der Welt. Das heißt, ladet euch den Satz runter, schaut den euch mal an und wie gesagt, hat jeder Schrein, dann kann ich den eigentlich machen. Bis denn, ciao!